So, herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, zum Kurs Medienteorie für die Studiengänge BVB Kommunikation und Medien und MIB Medienteorie. Wir haben uns beim letzten Teil befasst mit Massenmedien, haben uns versucht auch wieder ontologisch dem Begriff, dem Wesen von Massenmedien zu nähern, haben uns dazu die Modelle von Maletzke angeschaut und von Niklas Luhmann. Und ich würde gerne jetzt noch als Nachklapp zu diesem Thema und damit schließen wir dann den ersten Inhaltsblock ab, gerade im Kontext von Massenmedien und von Berichterstattung in Massenmedien noch etwas nachschicken, was aus meiner Sicht sehr wichtig ist. Und zwar die Frage, wie Berichterstattungsthemen aufgegriffen werden und welchen Platz und welche Exponiertheit diese Themen dann in der Berichterstattung bekommen. Das ist nämlich durchaus ein komplexes, vielschichtiges Thema, eine vielschichtige Problematik auch, die zum Teil untersucht worden ist und immer stärker untersucht worden ist unter dem Gesichtspunkt des sogenannten Nachrichtenwertes. Also die Nachrichtenwerttheorie, die geht im Grunde davon aus, dass Journalistinnen und Journalisten einem bestimmten Ereignis eine Bedeutung zumessen, einen Nachrichtenwert zumessen und dieser Nachrichtenwert, der zugemessen wird, der orientiert sich an bestimmten Nachrichtenwertfaktoren. Also wenn ein Ereignis besonders emotional ist, wenn die Betroffenheit der Deutschen besonders hoch ist und wenn auch ein gewisses Sensationspotenzial in der Meldung liegt, vielleicht auch ein überraschender Effekt, dann sprechen wir von einem hohen Nachrichtenwert, weil all diese Faktoren zugreifen. Und also nach meiner Beobachtung scheint sich gerade bei dem Thema, über was wird berichtet und über was wird nicht berichtet, sehr stark genau der Fokus auf die Nachrichtenwerttheorie mit ihren Faktoren gelegt zu haben, so als wäre das auch wieder so eine Art Pseudomathematik, in dem wir quantifiziert messen können, wie viele Faktoren sind gegeben und dann können wir sozusagen schablonenartig sofort errechnen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass darüber berichtet wird und in welchem Umfang wird darüber berichtet. Und Ziel jetzt dieses heutigen Kurses des Nachklapps zum Thema Themenkarrieren in Massenmedien ist eigentlich erst mal den Blick dafür zu schärfen, dass es komplexer ist, als die Nachrichtenwerttheorie suggerieren will. Zur Nachrichtenwerttheorie kommen wir dann in einem dritten Block. Es wird aber jetzt didaktisch bewusst vor diesem dritten Block schon bei den Massenmedien bei Ihnen die Fußnote gesetzt, dass es andere Faktoren gibt, die aus meiner Sicht bislang vernachlässigt worden sind oder nicht mitgedacht worden sind, neben der Nachrichtenwerttheorie. Zumindest nicht in einem Umfang, wie aus meiner Sicht es geboten wäre, um einen gesamten Blick auf Komplexität des Entstehens von Nachrichtensujets und Schwerpunktsetzungen zu Nachrichtenthemen, wie das funktioniert, gerade in Massenmedien. Und hier liegt die Bedeutung ja auf der Hand, wenn wir uns noch mal Niklas Luhmann erinnern, gerade in der Nachrichtenberichterstattung. Was wir über die Welt wissen, wissen wir über die Massenmedien. Also die massenmedial erzeugte Verdopplung der Realität. Diese verdoppelte Realität in der Berichterstattung, das ist die entscheidende Komponente für öffentliche Meinungsbildung und für das, was die Gesellschaft denkt, was sie für ein Bild hat. Das wird natürlich heutzutage gebrochen, muss man auch sagen. Also die Wirkungsmacht von Massenmedien ist heute durch die Fragmentierung von Öffentlichkeit etwas gebrochen, dadurch, dass wir eben vor allem in Web 2.0 und in sozialen Medien die Möglichkeit haben, dass jeder zum Sender wird und damit natürlich auch dem Informationsmonopol oder dem Informationsoligopol etwas entgegengesetzt wird. Aber noch zumindest ist es immer so, gerade wenn Sie auch Umfragen zur Vertrauenswürdigkeit von Nachrichtenmedien sich anschauen, dass den massenmedialen Berichterstattungen immer noch ein sehr großes Gewicht beigemessen wird, was natürlich auch in kritische Teilbeleuchtungen sich dann abbildet. Ich nenne hier nur die Dissertation von Dr. Uwe Krüger aus Leipzig, der ja auch in einem sehr lesenswerten, eher populär wissenschaftlichen Buch Mainstream dann auf bestimmte Effekte verwiesen hat, die auch vor allem massenmediale Berichterstattung betreffen, nämlich so ein Gleichlauf, dass im Prinzip alle massenmedialen Berichterstattungsblätter und Nachrichten über das Gleiche schreiben und man so diesen Abpaus, diesen Blaupauseneffekt hat, was Dr. Krüger als Mainstream bezeichnet. Hierauf will ich jetzt hier nicht eingehen, also diesen Mainstream-Effekt vielleicht auch erst nochmal dann im dritten Block besprechen, sondern wir bleiben jetzt erstmal bei dem, wie Themenkarrieren entstehen in Massenmedien, wie wird exponiert über ein bestimmtes Thema berichtet und warum und warum über andere nicht. Und abgesehen von diesen klassischen inhaltlichen Nachrichtenwertfaktoren ergeben sich folgende Aspekte, die aus meiner Sicht zu beachten sind. Zum einen beobachtbar ganz klar in der jetzigen Zeit auch die Themen Konkurrenz. Das heißt, ein Thema hat nicht immer gleich viel Chancen aufgegriffen zu werden in der journalistischen Berichterstattung, sondern es ist auch abhängig davon, was gerade andere für Ereignisse virulent sind, über die berichtet wird. Und wenn es ein, zwei, drei große Top-Themen gibt, die aktuell sehr einschlägig sind, dann hat es das fünfte Thema schwerer, überhaupt in eine Nachrichtensendung zu kommen. Also das ist vor kurzem gesagt genau das, was im Grunde gerade aus meiner Sicht zu beobachten ist, nämlich, dass wir ein dermaßen exponiertes, alle Bevölkerungsschichten und eigentlich weltweit betreffendes Thema haben, nämlich den Coronavirus und die Covid-19-Erkrankungen und die steigenden Infiziertenzahlen und die Implikationen für die Wirtschaft, dass dieses Thema so viele Nachrichtenwertfaktoren in sich vereint. Die Betroffenheit zum Beispiel, nämlich aller, die Verbindung zu Emotionalität, zur Intensität dieses Ereignisses mit hin zu existenziellen Bedrohungen, einmal in dem Sinne, dass wir eine vergleichsweise hohe Todesrate feststellen aktuell bei Erkrankten, das ist natürlich fundamental existenziell, aber auch wirtschaftlich existenziell, weil wir ja auch Millionen von Arbeitslosen zu besorgen haben und damit auch wirtschaftliche Existenzen ausgelöscht zu werden drohen. Also auch das ist dann natürlich ein hoher Nachrichtenwertfaktor, auch hinsichtlich der Betroffenheit. Deshalb ist es klar, dass dieses Thema natürlich, in dem ja fast alle Nachrichtenwertfaktoren kulminieren, eine besondere Aufmerksamkeit evoziert bei Journalistinnen und Journalisten und auch zu Recht natürlich dann auch bei Nutzerinnen und Nutzern, bei der Zuschauerschaft. Und dass das aber so stark ist, dass sie Konkurrenzthemen überhaupt nicht mehr wahrnehmen, die vielleicht ohne ein Coronavirus jetzt im Mittelpunkt der Nachrichtenberichterstattung gestanden hätte. Also das betrifft natürlich zuvörderst das aufkommende Problem der Migration. Denken Sie an die Berichterstattung noch, die eingangs vor Corona oder bevor Corona zur Pandemie wurde, die Nachrichtenberichterstattung dominiert hat, nämlich die Flüchtlingsproblematik. Dadurch, dass eben über die Türkei wieder vor den europäischen Grenzen tausende Flüchtlinge stehen und dort Kinder erkranken. Also ein Thema, das ganz maßgeblich im Fokus der Nachrichtenberichterstattung stand und das im Grunde nahezu weggewischt wurde durch das Thema Covid-19. Obgleich natürlich das andere Thema immer noch virulent ist und immer noch losgelöst ist davon. Die Bundesregierung hat das Thema, wollen wir kranke Kinder denn aus den Flüchtlingscamps jetzt nach Europa holen, um zumindest die Kinder, die Kranken zu behandeln. Das Thema wurde erst mal auf Eis gelegt. Also eigentlich auch an sich ein Thema mit Skandalpotenzial, aber auch das wird im Rahmen der Themenkonkurrenz an den Rand geschoben und spielt aktuell keine vordringliche Rolle. Jetzt in unserem Bereich des Medienrechts etwa, Medien und Medienrechts, passiert gerade etwas, dass es nämlich eine maßgebliche Änderung gibt des Rechts in sozialen Medien, in dem das Netzwerkdurchsetzungsgesetz verschärft wird und erweitert wird. Und auch das spielt überhaupt gar keine Rolle in der aktuellen Wahrnehmung, weil es auch nach dem Kontrastprinzip derart klein dieses Thema scheint, dass es auch von Journalistinnen und Journalisten, die möglicherweise diesem psychologischen Kontrastprinzip auch unterliegen, keine hinreichende Beachtung mehr findet. Ja, also was damit noch zusammenhängt, warum wir solche Effekte haben und warum auch das sogenannte Mainstream-Phänomen das vielleicht systemisch begünstigt in der massenmedialen Berichterstattung, das wollen wir jetzt hier erst mal ausblenden. Nur natürlich sehen wir aktuell, deshalb habe ich das exemplifiziert, sehen wir aktuell mit der Berichterstattung über Covid-19 weltweit und über die Pandemie ein fast schon überbordend einschlägiges Beispiel für Themenkonkurrenz, was Themenkonkurrenz bedeuten kann. Also, Themenkonkurrenz kann das ob der Berichterstattung beeinflussen, je mehr wichtige Themen gerade einschlägig sind und bearbeitet werden mit hohem Nachrichtenwert, umso unwahrscheinlicher ist, dass das Thema, was gerade untersucht wird, überhaupt es schafft in den Nachrichtenberichterstattungs-Mainstream oder die Nachrichtenschwelle überschreitet und es dann zum Beispiel in die Top 5 der Tagesschau schafft oder in die Top-Beiträge von Spiegel Online. Es bestimmt aber auch das Wie der Berichterstattung. Wenn eine große Themenkonkurrenz herrscht und viele wichtige Themen gerade einschlägig sind, wird ein Thema möglicherweise nur zur Randnotiz, zum Einspalter, zur Randbemerkung eines Nachrichten-Anchormans beziehungsweise nur zu einer Kurzmeldung, wohingegen, wenn wir keine hohe Themenkonkurrenz hätten, würde dieses Thema breiter aufgegriffen werden, würde möglicherweise sogar durch eine ausführliche Reportage gewürdigt werden. Also auch das ist sozusagen immer zu sehen in dem Wechselspiel und in der Gesamtschau der anderen Themen, die gerade virulent sind. Also auch eine Ausprägung ist etwa das, was man in der journalistischen Berichterstattung das Sommerloch nennt. Also wenn keine Elitendiskurse geführt werden im Bundestag, weil die Politikerinnen und Politiker alle im Urlaub sind, dann greifen ganz andere Themen mit einer breiteren Exponiertheit Platz in Nachrichten, als dies der Fall wäre, wenn wir im politischen Vollbetrieb sind in Berlin und in den Landesparlamenten. Gut, also das ist die Themenkonkurrenz, die natürlich entscheidenden Einfluss dann darauf hat, ob ein bestimmtes Sujet Karriere macht, in dem Sinne nochmal. Karriere bedeutet, dass es auch es schafft, die Nachrichtenschwelle zu überschreiten und darüber berichtet wird in den einschlägigen massenmedialen Plattformen. Das Zweite, darüber hatten wir schon bei Maletz gesprochen, sind die Medienzwänge. Also hier gibt es einmal formale Zwänge, die darüber bestimmen auch, ob bestimmte Themen es schaffen oder nicht. Also formale Zwänge wäre etwa, dass ein Printmedium keine Visualisierung von Laufbildern machen kann und vielleicht auch das Fernsehen ungeeignet ist für lange, komplexe Textinformationen. Also das mit langen ist ein bisschen schwierig. Das verschwimmt dann auch mit Nachrichtenwertfaktoren, wie zum Beispiel die Einfachheit eines Themas. Es gilt auch so der Grundsatz seit der skandinavischen Schule, Galtung, Ruge insbesondere und Ostgard, dass je einfacher ein Thema ist, umso besser lässt es sich auch in Nachrichten transportieren. Also Beispiel, Kathedrale Notre Dame in Paris brennt ab. Einfaches Thema, lässt sich wunderbar kolportieren. Also es hat keine Komplexität in sich. Man muss nicht viel erklären, sondern das ist jedem sofort begreiflich. Sie haben gleichzeitig noch eine hohe Betroffenheit. Es ist mitten in Europa. Viele haben schon touristische Unternehmungen nach Paris unternommen. Jeder kennt Notre Dame, sei es über Glöckner-Geschichten oder über sonstige Dinge. Und jetzt konglomeriert das alles in diesem einfachen, aber intensiven Ereignis. Dachstuhl brennt ab, Menschen versammeln sich, weinen. Wir haben also auch noch die Emotionalität als Teilaspekt, als Nachrichtenwertfaktor. Und vor allem ist das Thema einfach. Es muss gar nicht mehr simplifiziert werden. Es lässt sich als Botschaft einfach transportieren. Wir haben gute O-Bilder. Zu dem Aspekt kommen wir später noch. Das heißt, das führt auch natürlich hier rein. Das ist jetzt hier aber nicht gemeint mit Medienzwang, Sondern bestimmte Medienzwänge führen dazu, dass einzelne Sujets als geeignet angesehen werden für das Thema oder nicht. Also ein Beispiel, was wir hier mal hatten, war die Berichterstattung über Flüchtlinge, die über das Mittelmeer gekommen sind. Und das Kentern dieser Flüchtlingsboote mit dem Versterben unglaublich vieler Menschen damals. Es waren damals sehr viele Menschen. Es war eigentlich noch vor der sogenannten Flüchtlingskrise 2015. Es war sozusagen in der Anbahnung dieser Flüchtlingskrise. Und es war natürlich damals ein Thema von immenser Intensität. Aber sie hatten keine O-Bilder. Also war es ungeachtet der Wichtigkeit der O-Bild vorhanden, da kommen wir dazu, es war erst mal sehr ungeeignet, zum Beispiel in der Tagesschau oder im Heute-Journal transportiert zu werden. Weil außer dem Faktum, dass erzählt werden musste, verbal kolportiert werden musste, dort sind drei Flüchtlingsnussschalen in Anführungszeichen umgekippt und es sind mindestens 40 Flüchtlinge gestorben oder Geflüchtete gestorben, gab es keine Bilder dazu. Und dann ist es sehr schwierig, aufgrund des formalen Zwangs, wenn ich eine Fernsehnachricht habe, muss ich Bilder kolportieren, das dann zu füllen. Sie können ja keinen Blackscreen zeigen und dazu einfach die Nachricht nur verbal kolportieren, sondern sie müssen dann irgendwelche Archivbilder suchen, von irgendwelchen Schiffen oder von Flüchtlingsbildern, müssen dann bedauerlicherweise links oben eben aufgrund der journalistischen Grundsätze auch Archiv einblenden, wo sie dann auch sofort dann offenlegen müssen, wir haben eigentlich keine Originalbilder. Und das führt dann dazu, dieser Medienzwang, dieser formale Medienzwang, dass die Berichte dann eher kürzer werden, als es vielleicht das Thema an sich hergeben würde. Nun, dann gibt es noch formale Zwänge, die sich immer aus den zeitlichen Vorgaben ergeben. Auch das hatten wir schon besprochen. Wenn die Tagesschau 15 Minuten nur hat und sie wollen vier Beiträge unterbringen, dann bleibt für ein Thema in der Regel nur, bleiben nur zwei Minuten. Und wenn es eine dreistündige Bundestagsdebatte war, Klammer auf, was ohnehin eigentlich selten der Fall ist, dass ein Tagesordnungspunkt drei Stunden einnimmt, aber angenommen, wir hätten mal so ein Ereignis mit einer sehr breiten Debatte, mit vielen Wortbeiträgen, mit Kontroversen. Wie verdichten Sie das jetzt in einen Beitrag von zwei Minuten? Also auch da ergibt sich sozusagen für die thematische Setzung des Wie, der Ausgestaltung des Themas, ein Zwang aus dem Format, aus dem jeweiligen Nachrichtenformat. Das ist aber auch gar nicht kritisch gemeint. Das lässt sich gar nicht auflösen. Also das ist sozusagen Teil des Deals. Wenn ich Tagesschau anschauen will, muss ich einfach von vornherein wissen, dort werden tagesaktuelle Ereignisse und auch vielleicht global mittelfristig längere Ereignisse in 15 Minuten verdichtet. Das muss dann natürlich auch zu einer Verengung und zu Phänomenen des selektiven Framings, des Weglassen von Aspekten führen. So, der nächste Aspekt, das ist damit verwandt, ich habe darauf bereits mehrfach jetzt schon rekurriert, ist die Bild- und O-Ton-Vorhandenheit. Das wird zum Teil mit in der Nachrichtenwerttheorie diskutiert. Dass man sagt, dass wir für bestimmte Nachrichtensujets auch Originalbilder haben vor Ort, zum Beispiel von Opfern einer Naturkatastrophe, ist sehr wichtig, wenn ich da über die Naturkatastrophe berichten will. Oder das Beispiel von eben, wenn ich ein Flüchtlingsdrama habe im Mittelmeer, wo viele Menschen sterben, wäre es natürlich von Vorteil in Anführungszeichen, das klingt jetzt etwas makaber, wenn ich auch O-Bilder dazu hätte, möglicherweise von zwei, drei Überlebenden, die dann aufgefischt werden, entweder von einem NGO-Schiff oder auch von einem Militärschiff. Wenn ich solche Bilder habe, dann führt das zu einer exponierteren Berichterstattung. Das wird teilweise, etwa in der Studie von Rohrmann-Göbel, auch als Faktor, als Nachrichtenwertfaktor, apostrophiert oder typologisiert in einer Kette von vielen Nachrichtenwerten. Die Schwierigkeit, die wir da haben, ist allerdings, um auch noch mal vorzugreifen auf die Nachrichtenwerttheorie, die Nachrichtenwerttheorie, in Anführungszeichen, ist heute so ein Sammelbecken, wo man mehr oder weniger durch Brainstorming zusammenclustert verschiedene Wertfaktoren, die entscheidend sind dafür, ob ein Nachrichtenwert vorhanden ist oder nicht. Das hat im Grunde angefangen in der skandinavischen Schule von Galtung-Ruwe und vor allem von Ostgard. Da hatte man nur drei Nachrichtenwertkriterien. Mittlerweile gibt es Studien, die über 70 Nachrichtenwertfaktoren identifizieren. Aber auch das ist im Grunde, um es mit Taleb zu sagen, naiver Empirismus, weil es immer nur Beobachter sind, die sagen, das könnte wichtig sein und das könnte wichtig sein als Effekt, als Aspekt, als Faktor. Aber die Schwierigkeit ist, dass die in sich schon eigentlich gar nicht systematisch entscheiden. Also es gibt zum Beispiel inhaltliche Kriterien, wie zum Beispiel Emotionalität. Es ist ein Thema, das emotional anfasst, weil man Naturkatastrophenopfer sieht, die weinen. Hat es einen bestimmten Promi-Faktor, einen prominenten Faktor? Das sind ja eher inhaltliche Kriterien des Ereignisses. Und dann gibt es auf so einer Meta-Ebene etwas, was gar nichts mit dem Inhaltlichen des Ereignisses zu tun hat, wie zum Beispiel die Bild- und O-Ton-Vorhandenheit. Das ist ja im Grunde eine ganz andere Ebene, die nichts zu tun hat mit dem Medieninhalt als solchen, beziehungsweise dem Ereignisinhalt, den wir untersuchen nach seinem Nachrichtenwert, sondern es ist davon vollkommen unabhängig. Es ist eher auf einer formellen Meta-Ebene die Frage, ja, haben wir dazu auch O-Bilder? Oder auch vielleicht schon die Frage, ist ein Thema einfach zu kommunizieren? Ist es nicht komplex? Das ist auch im Grunde eine Frage, die auf einer anderen Ebene stattfindet, als die rein inhaltliche, um was es geht. So, und das wird eigentlich im Grunde alles zusammengerührt in diesen einen Topf, in dem man dann Nachrichtenwertfaktoren sammelt und danach dann vielleicht sogar auch noch auf einer zweiten Ebene in das Spiel eingeht, wie gewichten wir jetzt diese Nachrichtenwertfaktoren untereinander. Und so kommt ja etwa Roman Göbbel, kommen Roman Göbbel in ihrer Studie zu dem Ergebnis, dass der Faktor O-Bild- und O-Ton-Vorhandenheit immer bedeutender wird. Ja, das wird dann zum Teil gestützt auf qualitative Experteninterviews, die dort geführt worden sind mit sogenannten Alpha-Journalistinnen und Alpha-Journalisten. Nun, aber trotzdem, unbestreitbar, ungeachtet dessen, ob wir das jetzt einkleiden in die Nachrichtenwerttheorie oder nicht, können wir schon sagen, dass das Vorhandensein von O-Bildern und O-Tönen schon ganz wichtig dafür ist, ob ein Thema überhaupt Karriere macht. Und auch hier finden wir natürlich, also es ist auch so ein bisschen so ein Rattenschwanz, warum wird der O-Ton immer wichtiger? Der O-Ton wird natürlich deshalb immer wichtiger, weil in dem wachsenden, ökonomisierenden Druck von Journalismus Journalismus es auch immer wichtiger ist, dass ein einzelnes Blatt oder ein einzelnes Online-Organ irgendetwas Exklusives hat zu einem Thema und nicht dann sozusagen genau wieder diesem Anwurf das Mainstream verfällt, dass man nur noch Agenturmeldungen abdruckt nochmal oder die gleichen Bilder verwendet, wie alle verwenden. Dem können Sie eigentlich im Grunde nur entkommen, indem Sie eigene O-Bilder oder O-Töne schaffen. Und das können Sie etwa schaffen, indem Sie irgendeinen Experten anrufen zu dem Thema und den befragen mit einem Interview. Und dann haben Sie exklusiv für sich nochmal einen O-Ton, den Sie verwenden können, von dem Sie sich dann sozusagen unterscheiden von anderen Berichterstattungen, was wiederum wichtig ist im heutigen Ökonomisierungszwang journalistischer Kommunikation. Das zweite mit der O-Verhandenheit, O-Bildverhandenheit geht zurück ein bisschen zu dem, was ich Ihnen in der Medienontologie gesagt habe, also zwei Videos vorher, nämlich mein eigener Ansatz zur Erklärung von historischer Medieninnovation und des Begriffs, was Medien überhaupt sind. Das will ich jetzt hier ein bisschen vernachlässigen, um den Gesamtkontext jetzt klarer zu machen. Also das zum Beispiel, ja. Dieses eine Bild, das ich Ihnen jetzt auch aus ethischen Gründen nicht übermäßig lang zeigen will, aber das macht ganz klar, wie wichtig O-Bildverhandenheit ist, weil Sie natürlich ganz andere, ganz andere Wirkungen erzielen, in dem Sinne, dass Sie etwa Empathie evozieren bei Ihrer Zuschauerschaft, ganz anderes durch solche O-Bilder, als wenn Sie eine reine textliche Schilderung haben, dessen, was passiert ist. Das bleibt natürlich dann abstrakt und versendet sich auch in der sogenannten Informationsflut, der wir alle ausgesetzt sind und die ja eigentlich im Grunde gespickt sind mit negativen Meldungen und mit Opferzahlen, die in ihrer Abstraktheit eigentlich im Grunde niemanden mehr anfassen. Und deshalb ist natürlich auch es journalistisch legitim, ein journalistisch legitimes stilistisches Mittel, dann besonders aussagekräftige oder starke O-Bilder einzusetzen. Wobei wir auf der anderen Seite natürlich dann immer die ethische Diskussion haben, inwieweit greifen wir etwa in die Würde der abgebildeten Personen ein. Das behandeln wir ja im Kurs Medienrecht. In der Playlist Medienrecht finden Sie dazu was im Kontext der Menschenwürde, Achtung durch Medien. Das will ich jetzt hier nicht weiter vertiefen, aber es soll trotzdem hier als Beispiel dafür dienen, dass O-Bild-Vorhandenheit durchaus eine Bedeutung zukommt im Hinblick auch auf die Wirkmacht von Medien und dann gleichzeitig dadurch auch die Themenkarriere dieses Sujets befördern können. Also je mehr und je wirkungskräftigere O-Bilder ich habe, umso höher die Chance auf eine Themenkarriere, auf eine breite exponierte Berichterstattung und Berichterstattung in den massenmedialen Plattformen. Gut, also das können Sie dann auch, wenn Sie möchten, noch mal vertiefen in der insgesamt sehr lesenswerten Studie zu Nachrichtenfaktoren von Ruhrmann-Göbel von, ich glaube, 2011 ist die Studie, wenn ich es richtig weiß. Wenn Sie das googeln Ruhrmann-Göbel, dann finden Sie, müssten Sie immer noch das PDF finden, ich glaube, auf der Institutsseite oder aus sonstigen Quellen, dann können Sie als PDF mal reinschauen in diese Untersuchung von den Kollegen Ruhrmann und Göbel. Nun, das Letzte ist ein Aspekt, das eigentlich kein direktes Themenkarriere-Phänomen ist, sondern aber gleichwohl bestimmte Ereignisse, die sich ganz lokal abspielen, auch mittlerweile wieder zu bestimmten Themenkarrierechancen verholfen hat, nämlich die sogenannte Regionalisierungsflucht, so will ich das mal nennen. Also das Phänomen, dass Tageszeitungen bemerken, dass sie eigentlich im Grunde auf der zunehmenden Aktualitätswelle, die durch Online-Berichterstattung ja im Grunde und auch soziale Medien auf die Spitze getrieben ist, dass sie ja eigentlich sozusagen live zum stattfinden der Ereignisse schon Berichte lesen können, die Tageszeitungen, vor allem die Printzeitungen, so ein bisschen ihre ursprüngliche Funktion, nämlich der Information über aktuelle Ereignisse, verloren haben. Während es vielleicht früher mal hieß, nichts ist so alt wie die Tageszeitung von gestern, muss man heute überspitzt ja schon fast sagen, nichts ist so alt wie die Tageszeitung von heute, weil die Tageszeitung von heute auch eben mit einem Redaktionsschluss zurechtkommen muss, der schon mehrere Stunden oder schon einen halben Tag zurückliegt und alles, was sie dann dort in der Zeitung lesen können, ist schon kalter Kaffee, ist schon bei Spiegel Online nicht mehr oben im Thread, sondern schon dort hat sich eine weitere Entwicklung ergeben. Also es ist natürlich dann die Frage, wie reagieren jetzt Printzeitungen, die auch wieder aus dem formalen Zwang heraus und auch aus dem organisatorischen Herzwang nicht mithalten können in diesem Be-First-Wettbewerb der journalistischen Kommunikation, wie reagieren die jetzt drauf, um trotzdem noch eine Leserschaft zu haben und die eine Idee wäre natürlich, dass was größere Blätter machen wie FATS Süddeutsche, dass sie sagen, ja wir sind dann vielleicht nicht die Ersten, aber wir liefern mehr Hintergrundinformationen, wir schaffen vielleicht auch Exklusivität, indem bei uns die maßgeblichen Alpha-Politikerinnen und Politiker zu Wort kommen in Interviews oder wir liefern Explosivität, indem unsere Journalisten mit ihren breiten Netzwerken Hintergrundinformationen geben, die sie nicht lesen können, eben bei Spiegel Online oder in solchen Dingen, die Professor Perksen zu Recht als Informationskonfetti bezeichnet, also außerhalb dieser Informationskonfettikultur finden sie dann sozusagen breite, komplexere Hintergrundberichterstattung eher noch in den Printzeitungen, das wäre das eine und das Zweite, was so eher die kleineren, regionaleren Zeitungen machen, sie machen noch stärker als vormals eine Priorisierung auf regionale Medienbezüge, jetzt sehe ich gerade, das ist hier unten so ein bisschen abgeschnitten, aufgrund der, aufgrund des Einblendens der Webkamera, ich lege es dann deshalb Ihnen vielleicht hier nochmal auf, also hier, da sehen Sie den gleichen Text nochmal, dass jetzt versucht wird, einen stärkeren Regionalbezug herzustellen, etwas, was ja die größeren Blätter und auch Spiegel Online in der Regel nicht leisten kann, als die breiten, mit großer Distributionsbreite ausgestrahlten Massenmedien sozusagen ja eher globale Themen bedienen müssen oder solche, die zumindest die ganze Bundesrepublik betreffen und regionales Ausblenden, soweit es eine bestimmte Nachrichtenschwelle nicht überschreitet. So und in diese Lücke in Anführungszeichen können jetzt kleinere Blätter natürlich springen, die ja auch sozusagen in erster Linie oder noch stärker springen, die ja in erster Linie dann auch gelesen werden von einem Lokalpublikum. Also und das ist etwas, was man jetzt analysieren könnte, hier bei der Leipziger Volkszeitung habe ich mal ein paar ältere Ausgaben abfotografiert und da könnte man jetzt eben schauen, ich muss es jetzt mal angucken hier, wie wird dort sozusagen vom Aufbau in der Leipziger Volkszeitung, wie erkennt man dort das exponiert gesetzte Themen möglicherweise doch stärker einen Bezug haben, einen lokalen Bezug. Also jetzt für die Leipziger Volkszeitung natürlich einmal, was die Stadt Leipzig angeht, aber zum Zweiten auch vielleicht, was eher das diese Region angeht, die zuweilen etwas unpräzise als Mitteldeutschland bezeichnet wird, also vielleicht auch, was die neuen Bundesländer angeht. Und da sehen Sie dann hier doch schon auch bei der thematischen Fokussierung, wie stark hier dann ein Regionalbezug eigentlich bei fast allen Dingen gesetzt wird und dass das, was vielleicht in der FATS und so eher die exponierteste Meldung wäre, wie zum Beispiel die Trauerfeier für Mandela, auf dieses Beispiel mit dem unfähigen Dolmetscher werden wir nochmal kommen, in anderem Kontext, im Kontext des Framings, deshalb habe ich sie auch schon mal so ein bisschen versteckt, das ist dann eher von untergeordneter Bedeutung, wohingegen Sie sozusagen als Aufmacher dann eher etwas haben, das klaren Lokalbezug hat, also hier etwa Leipzig, da haben Sie dann eine gewisse Exklusivität, da haben Sie keine breite Konkurrenz zu den wirkungsmächtigeren Blättern und können dann hier sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal für Ihr Produkt setzen, das gleiche haben Sie hier, jetzt ist das eben, was ich meinte mit dem regionalen Fokus auf Sachsen oder auch hier eben die Berichterstattung über Kriminalfälle aus dem näheren Umfeld, das ist sozusagen ja eigentlich im Grunde so der Klassiker, das gleiche haben Sie dann auch hier etwa, indem Sie dann kulturelle Lokalgrößen hier besonders exklusiv würdigen und Ihnen ein breiteres Forum einräumen, vermutlich eben auch für die Interessenklientel, die sich dann eben gerade aus dem Großraum Leipzig oder vielleicht auch aus Sachsen rekrutiert. Und auch hier wieder Weihnachtsgeld in Sachsen geht die Hälfte leer aus, also hier haben Sie auch natürlich klar auch in den Headlines die die klare den den klaren Lokal Regionalbezug. Also das könnte man jetzt hier noch weiter fortführen. Das ist vielleicht auch ganz interessant, so ein Hybrid. Jetzt haben Sie natürlich mit dem SPD-Parteitag etwas, was von bundesrepublikanischer Bedeutung ist beziehungsweise vielleicht damals sehen Sie es schon ein bisschen älter als die SPD noch über 16 Prozent lag vielleicht damals noch hatte. Dass hier aber sich nun jetzt der Regionalbezug daraus ergibt, dass dieser Bundesparteitag in Leipzig stattfindet und plötzlich findet dann dieses bundesrepublikanische Ereignis, das sonst wahrscheinlich in der LVZ keine übermäßig große Bedeutung gefunden hätte, wird jetzt hier sozusagen exponierter dargestellt und zwar wegen des Leipzig-Bezugs. Auch hier haben Sie wieder so eine Kriminalistik-Spalte, hier haben Sie wieder den Bezug auf die neuen Bundesländer mit den Ostrentnern, was stärker hervorgehoben wird natürlich, wegen des vermuteten Höheres, in höheren Interesses der lokalen Leserschaft der LVZ. Und das damals alles überbordende Ereignis, nämlich die sogenannte Wulf-Affäre, die wie wir ja wissen auch keine war, dann eben auch wieder hier an den Rand rückt. Gut, das soll es eigentlich jetzt auch in diesem erstmal als Nachklapp zu den Massenmedien verstandenen Blog zu Themenkarrieren in Massenmedien gewesen sein. Ich gebe nochmal den Hinweis, dass wir im dritten Blog uns die Nachrichtenwerttheorie, auf die ich jetzt hier ja schon mehrfach rekurriert habe, uns nochmal breiter anschauen mit diesen Nachrichtenwertfaktoren. Wie gesagt, mir war es wichtig, jetzt schon mal darauf hinzuweisen, dass es komplexer ist, das Thema, ob es ein Ereignis in die Nachrichtenberichterstattung schafft. Das ist komplexer als die Nachrichtenwerttheorie und hängt von anderen Faktoren ab, von solchen, wie ich sie versucht habe, hier eben etwas freier auch für sie darzustellen und zu extemporieren. So und im nächsten Blog, also im nächsten Video werden wir uns dann dem zweiten thematischen Blog der Mediengeschichte zuwenden und gehen dort dann in einem medienhistorischen Schweinsgalopp durch die Zeiten der Völker sozusagen, in einem Schweinsgalopp durch mindestens 2000 Jahre Mediengeschichte. Ich hoffe, dass Sie das auch interessiert. Bis dahin.